Dass da vielleicht irgendwelche, irgendwelche unlauteren Verbindungen da sind. Und früher war es ja, früher war es ja vor allem Willy Brandt, der bei der SPD unter Verdacht geriet. Und das war dann so krass, dass man tatsächlich hier, dass man tatsächlich hier dann sah, dass die CDU, CSU, dass die dann den Geheimdiensten, dass man den deutschen Geheimdiensten nicht mehr traute. Und dementsprechend schuf die CDU dann einen eigenen privaten Geheimdienst. Und da hatten die Hessen damit viel zu tun. Und selbstverständlich dann auch dieser Adel, Prinz Kasimir von Sain Wittgenstein, der sollte dann das Geld bereitstellen und die Kontakte, damit die CDU einen eigenen privaten Geheimdienst hat, während der Kanzlerschaft von Brandt und während der Herrschaft der SPD. Also wenn Sie glauben, Sie haben jetzt schon das Ausmaß gesehen von diesem Ost-West-Konflikt oder von diesem politischen Hickhack, da kommt noch viel, 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 viel mehr. Das wird noch viel, viel krasser. Und wenn man sich jetzt also so ein aktuelles Sachbuch holt über dieses Thema, also Ost-West-Geheimdienste, Desinformation, Einmischungen, Wahlen, Einmischungen in die Politik und so weiter. Zum Beispiel hier ein gutes Buch, das heißt Der Desinformant, Erinnerungen eines DDR-Geheimdienstlers. Das war so ein Typ, der arbeitete halt in Referat Nummer 3 der Abteilung X, also politisch aktive Maßnahmen gegen West-Berlin und gegen die Bundesrepublik gerichtet. Also Abteilung X war dann, hatte ein breites Mandat bei der Stasi, die sollten halt sich in alles mögliche einmischen und man, ähm, sollte sich in alles mögliche einmischen und, ähm, hier mit schmutzigen Tricks arbeiten. Und Referat Nummer 3 war jetzt halt speziell zuständig für West-Berlin und die Bundesrepublik, so in etwa, machen es ja die Russen auch heute noch. Ähm, jeder Geheimdienst teilt sich das so auf. Das heißt, da gibt es dann eben immer noch so eine Art Abteilung X. Und dann gibt es auch eine Referat Nummer so und so oder Unterabteilung so und so und die beschäftigt sich halt dann damit, sich einzumischen in die Bundesrepublik und hier alles zu manipulieren. Und dann scheucht man dementsprechend den Verfassungsschutz auf, dann scheucht man dementsprechend hier die CIA auf und diese ganzen anderen West-Geheimdienste auf. Und die sollen dann kämpfen gegen diesen russischen Einfluss und sollen dann, äh, eben hier dann mit schmutzigen Tricks auch dann die, ähm, die NATO-Propaganda hier verbreiten. Ja, das heißt, man, die Geheimdienste schnappen sich dann oder wollen halt jeden interessanten Journalisten kontrollieren oder jeden wichtigen Sender kontrollieren, jede wichtige Webseite kontrollieren. Und dann buhlen halt Ost- und Westdienste um diese relevanten Medien. Ähm. Also man lieferte halt dann Enthüllungsmaterial an irgendwelche, also die Russen oder die Stasi lieferte halt dann, ähm, Enthüllungsmaterial, real und falsch und gemischt, lieferte das Material an irgendwelche Journalisten, in Anführungszeichen, im Westen, in Westdeutschland. Also die linken Medien wurden da eben damit versorgt, man spricht ja ganz offen in dem Buch auch über eine psychologische Kriegsführung. Ähm. Und selbst viele gewöhnliche Stasi-Agenten kannten diese Abteilung X gar nicht. Das war sehr streng getrennt. Und die Losung von oben war, Willy Brandt zu schützen, aber jetzt nicht zu stark mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, so war das dann ganz von oben vorgegeben. Und selbst die höheren Stasi-Leute, auch die Leiter von Abteilung X oder Referat 3 der Abteilung X, selbst die, äh, wurden da jetzt nicht in die ganz großen Sachen eingeweiht. Es hieß halt wirklich dann bloß ganz simpel, wir wollen hier Willy Brandt im Amt halten. Es kam ja dann dieses, äh, angedrohte, ähm, Misstrauensvotum. Ja, und, ähm, und dann wurde halt ganz schlicht begründet, Brandt hat eine antifaschistische Vergangenheit. Äh, und er ist halt ein Linker und wirbt für einen Entspannungskurs mit dem Osten. Also, also unterstützen wir Brandt. Und die, äh, anderen Kandidaten von der CDU und CSU, die haben ja irgendwie so meistens eine Nazi-Vergangenheit gehabt. Und, und, äh, sind halt die Atlantiker mit der NATO sehr eng verbunden. Und deswegen sind wir jetzt halt, hieß es dann, bei der Stasi für, äh, für Brandt. Und wir wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und so ähnlich könnte man sich das jetzt vorstellen, so ähnlich läuft das mit, äh, Donald Trump. Gibt es auch einige Fakten da drüber, dass halt dann die russischen Dienste halt eben dann, oder generell die Ostblock-Dienste, dass die halt gesagt haben, ja, wir sind für Trump, weil er kein typischer Politiker ist, weil er jetzt nicht so verbunden ist wie die anderen. Äh, und weil er sich halt positiv geäußert hat über die Russen, weil er Russen-Business hatte und so weiter und so fort. Aber, man will jetzt auch nicht unbedingt gleich mit der Tür ins Haus fallen, weil das wäre dann zu offensichtlich und das, der Effekt würde verpuffen. Das hätte jetzt so viele negative Konsequenzen für die Russen. Aber, ähm, ob jetzt halt heute Donald Trump oder damals Willy Brandt, ähm, so richtig weiß die Stasi oder wissen heutige Dienste vom Osten, wissen die auch nicht so richtig, für wen die spielen, für welche Seite. Ja, für welche Seite spielt jetzt Willy Brandt? Für welche Seite spielt jetzt Donald Trump? Könnte auch ein West-Geheimdienst sein, der Brandt steuerte, oder es könnte ein West-Geheimdienst sein, der Trump heute steuert. Und dann sehen wir halt eben, ähm, damals auch bei Willy Brandt, äh, zeitweise, also lange Zeit, arbeitete der KGB und arbeiteten andere Ost-Dienste eher gegen Willy Brandt und haben dann auch versucht, Dinge zu enthüllen über Willy Brandt und ihn unter Druck zu setzen und so weiter. Ist also alles viel, viel spannender und interessanter. Ähm, oder letztens hatten wir es hier bei uns, ähm, bei Recenter hier mit dem Thema Fidel Castro, ja, weil, ähm, ähm, mit den Kubanern, ja, das heißt, das ist ja auch so das Klischee, Fidel Castro ist der große Kommunist und die CIA versucht, der gefühlte hundertmal Castro zu ermorden, aber wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man halt eben dann in der Fachliteratur von diesen ganzen KGB-Überläufern, der KGB, äh, misstraute Fidel Castro und zwar heftig. Und zwar richtig, richtig heftig. Weil normalerweise sollst du erst deine Verbindungen knüpfen mit Moskau, äh, und dann machst du die Revolution, ja, du sollst nicht wie Castro erst die Revolution machen und dann die Verbindungen suchen zu Moskau. Weil die, äh, die, die Ost-Geheimdienste, die wollen ja die Kontrolle haben, möglichst über dich und deine Leute und dann helfen sie dir erst. Und außerdem stammte Castro ja aus diesem eher rechten familiären, aus dem rechten familiären Hintergrund, aus dem rechten politischen Hintergrund, äh, und wenn man genauer hinsieht, sieht man auch, dass die CIA da auffällig, äh, geschlammt hat, ja, scheinbar, und Desinteresse hatte. Und dann kam diese, kam eben dann diese kommunistische Revolution da in Kuba und die Amerikaner taten Mords überrascht, die CIA taten Mords überrascht, ups, hier haben wir ein, hier haben wir was übersehen, oh nein. Und das wirkte halt alles total unglaubwürdig und fake. Also die, und ja, die KGB, KGB hatte immer den Verdacht, dass Castro dann doch für die andere Seite spielte, auch wenn es sich halt für, äh, wenn es sich zunächst erstmal ziemlich, ziemlich abgefahren anhört, weil eben Castro dieses typische totale Image hatte. Ähm, aber wir haben es ja gesehen, die Schweinebucht-Invasion ging schief, die, ähm, die ganzen Attentatsversuche gingen schief, obwohl das ja durchaus machbar gewesen wäre. Ähm, wenn man sich da auch in die Fachliteratur einliest, dann stellt man fest, dass die Schweinebucht-Invasion, äh, für die dann John F. Kennedy den Kopf hinhalten musste, dass halt einfach, das Ganze scheiterte wegen drei Flugzeugen der Kubane. Also man hätte irgendwie drei, äh, man hätte irgendwie drei Flugzeuge von Castro abschießen müssen, spezielle Flugzeuge, und dann wäre die Luftunterstützung eben hier erfolgreich gewesen, man hätte die Gegenrevolution gemacht, man hätte Castro gestürzt. Also man hätte dann hier dann die Truppen halt mehr und mehr reingeschickt, und sobald die, äh, diese CIA-trainierten Leute da in Kuba irgendwo an der Küste, sobald die dann Brückenkopf etabliert hätten, hätten die einfach gesagt, okay, äh, liebe internationale Community, wir sind jetzt das neue, die neue legitime Regierung von Kuba, hätten die Amerikaner sofort gesagt, okay, das akzeptieren wir, wir schicken jetzt, ähm, mehr militärische Unterstützung. Dann wird das halt alles so die, diese rechtlichen Vorgaben erfüllt. Oder zumindest so aussieht, als sei es legal. Und, ähm, ja, dann, ähm, dann, ähm, dann ist das gescheitert, und, äh, die CIA konnte immer den Eindruck erwecken, als hätte sie sich nach Kräften bemüht, Länder aus dem Kommunismus da rauszubrechen, aber es sei halt meistens fehlgeschlagen. Und die stellen, Geheimdienststellen oberhalb der CIA, so Netzwerke wie Skull & Bones, die verkauften hintenrum den Sowjets alles, was sie brauchten. Also es war ein gesteuerter Ost-West-Konflikt, und es war ein gesteuerter, ähm, politischer Konflikt links gegen rechts. Und die Gefahr ist halt eben natürlich dann im Moment, dass wir es halt heute wieder mit einem gesteuerten politischen und gesteuerten Ost-West-Konflikt zu tun haben. Ähm. Und, ähm, nichts an Willy Brandt war glaubwürdig und transparent. Er hieß ja nicht mal wirklich Willy Brandt, sondern Herbert Fram. Er hatte noch weitere Decknamen, diverse Missionen, Aufenthaltsorte. Und die Stasi-Abteilung X hatte halt eben dann den Auftrag, zunächst mal früher, äh, den Auftrag, echte und gefälschte Informationen zusammenzustellen, um Personen von Bedeutung in Westdeutschland zu diskreditieren und zu erpressen. Sobald Herbert Fram, alias Willy Brandt, im Oktober 1957, regierender Bürgermeister von Berlin wurde, liefen gegen ihn schon aktive Maßnahmen an. Mal hieß es, er sei ein Informant der Gestapo gewesen, dann hieß es, er sei ein CIA-Agent gewesen, dann auch wieder Sowjet-Agent. Also, äh, und, und es reflektiert halt eben dann diese, es reflektiert halt dann wirklich dann auch diese schwierige Informationslage, ja, was heißt man, die hatten sich da wohl gedacht, beim, beim Ostgeheimdienst, ja, wir torpedieren ihn jetzt erstmal, wir schauen, ob wir ihn rekrutieren können, indem wir ihn unter Druck setzen, schauen wir mal. Und, im, äh, Kanzlerwahlkampf 1961, wurde Brandt dann zur Zielscheibe von allerhand Vorwürfen von konspirativer Seite. Insbesondere, äh, interessanterweise bekam die konservative Anti-Brandt-Kampagne Informationen aus Ost-Berlin geliefert, zugesteckt. Nichts von dem Material war jedoch ein Gamechanger. Viele in der Bevölkerung verziehen Brandt eher dessen sozialistisches Exil, in Anführungszeichen, früher, als dass sie den Konservativen deren Nazi-Vergangenheit verziehen. Brandt verlor aber erstmal. Und dann ging das Ganze in die nächsten Runden. Im November 1962 billigte der KGB-Vorsitzende dann eine weitere Operation gegen Brandt. Der russische Journalist Poljanov, der in dem Jahr ein Interview mit Brandt gemacht hatte, sollte in Begleitung von zwei KGB-Agenten an den Kanzler herantreten und drohen, dass man weiteres belastendes Material hätte und einen großen Flurschaden anrichten könne. Also ein bisschen wie halt dieses, äh, Gemunkel und dieses, äh, Hickhack um vermeintliches belastendes Material, was die Russen haben sollen, gegen Trump. Irgend so ein, äh, so ein Sex-Tape aus einem, aus einem, äh, Hotel und so weiter mit Prostituierten und so. Also jetzt auch kein totaler Game-Changer. Und es ist ja so, wenn die Russen so ein Tape haben, äh, so ein Sex-Tape mit Trump, ja, dann wäre das immer noch ein gewaltiges Risiko, dieses Tape zu nutzen, weil dann wüsste jeder sofort, ähm, wegen dem ganzen Geschrei im Vorfeld. Und wenn sowas rauskommt, dann stecken da die Russen auch wirklich dahinter und die haben dann versucht, sich hier so krass einzumischen in den Westen und dann wäre natürlich dann Tür und Tor offen für halt die ganz große, aggressive NATO-Agenda. Ja, weil, es wäre ja dann, wäre ja dann der Teufel los. Und, ähm, also das sind interessante Parallelen hier zwischen Willy Brandt und zwischen Donald Trump. Und ich halte dieses, äh, Gedön zum Trump genauso fake und diesen heutigen Konflikt Ost-West-Links-Rechts genauso fake, wie der Konflikt damals gewesen war. Ähm, und dann die Stasi brachte unterdessen Günther, Guillaume, Deckname, Hansen ins Kanzleramt. Brandts Außenpolitik wurde aber auch unabhängig von Guillaume in Moskau und auch in Westdeutschland als positiv bewertet. Ähm, und das haben wir dann auch schon ganz, ganz häufig gesehen, dass halt dann eigentlich die, die total krassen NATO-Figuren, Henry Kissinger und so und diese ganzen Hintermänner und Organisationen wie Bilderberg und Council on Foreign Relations und so, da haben wir dann eigentlich gesehen, dass hier, ähm, dass eigentlich die NATO oder die, die, die NATO-Führung und diese Westmacht, diese West-Supermacht, haben wir dann gesehen, dass ausgerechnet diese westliche Supermacht für den Entspannungskurs war mit dem Osten, dass die halt dem Osten entgegenkommen wollten, dass die den Osten am Leben erhalten wollten. Ja, und, äh, man hat das halt eben dann intern verkauft bei den, im Westen, ja, bei Politikern und Geschäftsleuten und so, bei halt bedeutenden Leuten, die aber nicht, ganz und gar nicht ganz eingeweiht waren. Da hat man das halt so erzählt, ja, wir wollen halt einen Krieg verhindern oder wir wollen halt, ähm, Ost-West-Konvergenz, dass irgendwann halt Ost und West sich so ähnlich sind, dass man halt hier fusionieren kann, schöne Weltregierung machen kann, weißt du, alle lassen sich gegenseitig in Ruhe und kein Krieg mehr und so. Aber gleichzeitig hat man dann immer wieder halt eben dann die Panik gebracht, ja, Red Scare, ja, die Angst vor dem Kommunismus und die Angst vor natürlich dann diesen grässlichen kommunistischen Regimen und man hat dann wieder den Mordsdampf gemacht und die NATO hat hochgerüstet, also völlig schizophrene Strategie, die aber natürlich dann, äh, wunderbar funktioniert hat, ja, für alle Supermächte. Die Sowjets konnten ihr Regime am Leben erhalten und die, äh, Westmacht, das, äh, angloamerikanische Empire konnte rüsten wie bescheuert. Also jeder von den Supermächten hatte was davon, und, ähm, ja, und, ähm, plötzlich bekam dann Kanzler Brandt, plötzlich bekam dann Willy Brandt, äh, aktive Hilfe von den Sowjets. Stasi-Chef Wolf, die Legende, ließ einen CDU-Abgeordneten mit 50.000 Mark bezahlen, damit jener für Brandt in dem knappen Misstrauensvotum stimmte und Brandt somit an der Macht hielt. Der CDUler erklärt aber später als Doppelagent für den Verfassungsschutz tätig gewesen zu sein. Ironischerweise führte die Ergreifung des Spions Guillaume und der folgende Skandal zu Brandts Rücktritt. Und dann erfährt man halt interessante Details hier aus dem Buch der Desinformant Erinnerungen eines DDR-Geheimdienstlers. Also da wird halt dann geschildert, wie halt dann die Kollegen dann in der Abteilung, in dem Referat zusammen saßen und gesagt haben, kommt jetzt was krasses zu auf Willy Brandt, Misstrauensvotum und wir wollen halt ihn im Amt halten. Und dann hat natürlich dann der eine Agent schon gerochen, ah ja, wir wollen jemanden kaufen oder zwei Leute. Brauchen jetzt zwei Stimmen extra. Und dann, weil halt eben dann in dem Buch hier dann so viel gemacht wurde zu Brandt und die Parallelen so interessant waren zu Trump, da habe ich dann mal mich gefragt, okay, gibt es irgendwelche adeligen Verbindungen von Willy Brandt? Weil wir haben das immer wieder gesehen, dass halt der Hochadel, also speziell der Welfenhochadel, dass die halt dann den modernen Sozialismus, Kommunismus überhaupt erst so richtig geschaffen hatten und popularisiert hatten. Das heißt, einerseits schuf der Hochadel diesen Fake-Kapitalismus, der halt dann insgeheim gesteuert ist über Frontfirmen, Tarnfirmen, Frontmänner. Ja, der Adel hatte ja schließlich das Geld, die Geheimdienste und die Connections. So kann man dann auch den Scheinkapitalismus aufbauen und die Scheindemokratie aufbauen. Aber gleichzeitig waren ja viele Leute in diesem neuen Kapitalismus erst mal die großen Verlierer. Die mussten halt dann hier die übelsten Stunden schuften unter übelsten Bedingungen in den Fabriken und so und auch Kinder mussten arbeiten. Also schuf der Adel gleichzeitig noch die kontrollierte Opposition, die gesteuerte politische Opposition, nämlich halt eben dann den Sozialismus in verschiedenen Formen und dann auch die Sozialdemokratie. Und dann haben wir ja das immer wieder gesehen, bestätigtermaßen, dass halt wichtige Politiker, Staatsoberhäupte und so, dass wichtige Politiker eben abstammen von Unehelden, also entweder direkt vom Hochadel oder von, oder jetzt direkter vom Hochadel oder sie stammen ab von unehelichen Kindern des Hochadels. Und da gab es ja jede Menge. Es gab nicht nur sehr viele Adelige, sondern auch sehr viele uneheliche Kinder. Also mehr als genügend Personal, um ein Empire zu steuern. Mehr als genügend. Und da haben wir dann gesehen, Boris Johnson, Boris Johnson in Großbritannien stammt ab vom Welfen Hochadel, genauer gesagt von einem unehelichen Kind. Und da haben wir gesehen, Ursula von der Leyen, seine Gegenspielerin auf EU-Ebene von der Leyen, also nicht nur selber Adelige, also direkt Adelige Verbindungen, sondern ihre Familie über lange, lange Zeit hinweg arbeitete für den Welfen Hochadel. Und da haben wir gesehen, der grüne Kommunismus, also die grünen Sozialisten, auch interessanteste Verbindungen, also nicht nur Jutta von Dittfurt und ihre Familie, sondern wir sahen halt eben dann auch andere wichtige Grüne. Das finden Sie auch genau aufgeschlüsselt hier in meinem neuesten Buch Tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 3 Biologie. Und dann hatten wir Annalena Baerbock, großer neuer Star und sie wuchs halt eben dann auf neben diesem Welfenschloss und in dieser Welfenhochburg und sie war dann an den wichtigsten Welfenuniversitäten und immer, immer, immer wieder diese Connections, wo ich mich halt eben dann frage, hat sie Vorfahren bei den Welfen, stammt sie ab von einem unehelichen Kind von den Welfen? Das ist ein ganz interessantes Forschungsgebiet, niemand ist da dran, systematisch mal aufzudröseln, nicht nur welche Konzerne gehen auf die Welfen zurück, sondern welche Politiker gehen auf die Welfen zurück. Bei den Briten war es ja lange Zeit sehr einfach, ist auch im Nachhinein immer noch sehr einfach hier zu erforschen, weil, weil eben die, viele wichtigsten Politiker in Britannien, vor allem im 20. Jahrhundert auch noch, weil viele wichtigsten Politiker kamen von diesen adeligen Universitäten, wurden da durchgeschleust und wurden vom Adel dann halt in der Karriere gefördert, sind teilweise selber adelig gewesen, die Politiker, und gehen dann Generationen und Generationen zurück und haben voll die Titel bekommen und die Familie hat schon immer für die Welfen gearbeitet. Und dann auch Karl Marx, ja, mit Karl Marx hatte ich ja in, welchem Buch war es, in Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 1, glaube ich, Revolution, da habe ich dann Karl Marx mal richtig, richtig, richtig untersucht, also seine Person, seine Psyche, sein Umfeld, seine Förderer, seine Gönner und dann hat sich halt ergeben, absolute Spionagegefahr, also er hat immer linke Gruppen und Projekte und Zeitungen infiltriert und dann ging alles in Streit kaputt und er hatte eben diese adeligen Verbindungen unter anderem durch seine Frau aber nicht nur über seine Frau und da geht es halt eben dann richtig rein bis nach in die britische Elite und amerikanische Elite und so, also Karl Marx total unser Spionageverdacht und da habe ich mir gedacht, hm, wie ist das mit Willy Brandt? Wie ist das mit Willy Brandt? Ja, kann man da vielleicht irgendwas Relevantes finden? Weil das, ja, also wenn so viele andere da mit drinstecken, dann vielleicht auch Willy Brandt. Äh, und, ähm, ja, und der leibliche Vater, ähm, der leibliche Vater, also Frahm, Brandt, ja, also, äh, Willy Brandt, Willy Brandt heißt ja eigentlich Herbert Frahm und der leibliche Vater Herbert Frahm, es war lange Zeit kein Thema in der Familie. Das heißt hier, Zitat, über meinen Vater sprachen weder Mutter noch Großvater, bei dem ich aufwuchs, dass ich nicht fragte, verstand sich von selbst und daher so offenkundig nichts von mir wissen wollte, hielt ich es auch später für nicht angezeigt, die väterliche Spur zu verfolgen, schreibt Willy Brandt in seinen Erinnerungen. Ob das so stimmt, sei erstmal dahingestellt. Und dann wurden verschiedene Namen ins Gespräch gebracht, ähm, könnte das der Vater gewesen sein, der, der biologische, könnte jenes der biologische Vater gewesen sein und meistens nannte man dann so, äh, ja, so bekannte, einschlägige Sozialisten, ja, um halt ein bisschen an der Legende zu stricken, er stammt aus diesem typischen Stall, obwohl die Linken eigentlich, äh, Biologie und Genetik erstmal von sich weisen, sondern bei denen ist ja Ideologie und, äh, Ideologie ist ja da alles. Ja, und, äh, und, und es wurde ja auch immer so dargestellt, als habe Brandt halt einfach keine richtigen familiären Wurzeln, vaterloser Typ, der halt dann das sozialistische Kollektiv halt dann wählte und dann der große Star wurde in dem Bereich. Äh, und dann, ja, wurde gemutmaßt, äh, John Möller könnte der Vater gewesen sein, ähm, und dann, als, als dann Willy Brandt erwachsen war, bestätigte ihm dann angeblich seine Mutter in einem Brief die wahre Identität des Vaters. Also, Willy Brandt hat da fast schon wie auf dem Dienstweg seine Mutter schriftlich, weil seine Mutter das schriftlich angefragt, weil es ging ja auch um seine Wiedereinbürgerung und so. Und, ähm, hier aus einem uralten Spiegelartikel, da heißt es dann, wie folgt, als Knabe habe er den Vater nie gekannt, nicht gewusst, wer er war, den Namen erfuhr er offenbar später, wie Brandt 1973 in einem Interview mitteilte, behielt das Geheimnis seiner Mutter, die 1969 gestorben war, aber für sich. Also, ist ein Geheimnis. Ich meine, what? Jetzt könnte man viele Gründe nennen, warum er das Geheim hielt, ja, er will halt nicht die Aufmerksamkeit für den wahren Vater, ähm, oder, ja, den Namen durch den Schmutz ziehen oder weiß der Geier was und so. Können wir jetzt viele Gründe nennen, aber eigentlich gäbe es auch Spreche jetzt auch nicht so viel dagegen, halt eben dann zu sagen, okay, ich stamme ab von dem und dem. Ja, ähm, warum ist das ein Geheimnis? Und viele mögliche Väter wurden ins Gespräch gebracht, das war aber alles unplausibel, politisch motivierter Blödsinn. Und dann heißt es hier im Spiegel, herablassend, aber das muss uns ja jetzt hier nicht stören. Jetzt, also der Spiegel, äh, 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 der Spiegel lästerte halt dann hier über, der Spiegel lästerte hier über, halt, Rechte oder rechtskonservative Forschungen zu Willy Brandts Familie. Rechtskonservative, äh, über rechtskonservativen Journalismus. Es heißt hier im Spiegel, es hieß hier im Spiegel, die Bonner Journalistin Ingelore Winter, wurde 1981 schließlich fündig, sie versetzte den Vollproletarier Brandt in die gehobenen Stände. Nach Angaben aus Adelskreisen, schrieb sie in ihrem Buch Der Adel, ist Willy Brandt ein natürlicher Sohn des Grafen von Plessen. Die Beweisführung, meckert der Spiegel, geriet allerdings dünn, als junges Mädchen habe Martha Fram auf einem Gut derer von Plessen in Mecklenburg gearbeitet. Die von Plessens sind häufig da oben im Norden, Mecklenburg. Die deutschen Adelsverbände dementierten pikiert und Brandt kommentierte, was für ein Blödsin manchen Leuten bloß einfällt. Mhm, mhm, mhm. Dem langjährigen Bonner Korrespondenten der New York Times, David Binder, verriet er ein Jahr später, sein Vater sei in Hamburg geboren und habe einen schwedisch, dänisch oder norwegisch klingenden Namen gehabt. Zwei Hinweise, die weder auf Leber und Carstens noch auf Plessen und Abendroh zutreffen. Ja, nur die Sache ist halt eben das, also selbst wenn er hier die Wahrheit erzählt hat, dass sein Vater in Hamburg geboren sei und einen schwedischen, dänischen oder norwegisch klingenden Namen gehabt hat, die Leute da oben, die haben halt eben dann häufig Verbindungen zu dem Welfenadel auf deutschem Gebiet, also Schleswig-Holstein, dann die ganzen Mecklenburger und, also entweder direkte Verbindungen zu diesen deutschen Welfen oder Welfen auf deutschem Boden und es gibt auch viele, die haben dann Verbindungen zu den dänischen Welfen. Also, wir haben jetzt keine, also keine richtige Widerlegung eigentlich gesehen für die These, dass er da abstammt von einem Grafen von Plessen. Und selbst wenn er hier Recht hat und sagt, sein wahrer Vater hatte einen schwedisch-dänischen oder norwegischen Namen in Hamburg geboren, selbst dann könnte man immer noch spekulieren, wer hatte der Vater, familiäre Verbindungen zum Hochadel, ja, uneheliches Kind und so weiter und so fort. Also es ist ein interessantes Forschungsgebiet, auf das sich niemand, niemals jemand richtig gestürzt hat, außer jetzt hier vielleicht diese Ingelore Winter, aber halt noch nicht richtig tief genug und ich denke auch nicht, dass sie hier die Bedeutung des Adels so richtig verstanden hat, obwohl ich mir das Buch mal gerne holen würde. der Adel von Ingelore Winter. Und diese Spekulationen trafen halt Willy Brandt immer wieder, vor allem im Wahlkampf und so weiter und so weiter. Also und Plässe, Plässe ist der Name einer aus dem Stammesherzogtum Sachsen stammenden Familie und die ab dem 12. Jahrhundert als edelfreie Dönassen eine um die Burg Plässe bei Göttingen gelegene reichsunmittelbare Herrschaft inne hatte und über großen, teils weit entfernt gelegenen Streubesitz verfügte. Also und von dieser Linie oder von diesem Adelshaus Plässe von dem könnte Willy Brandt von dem könnte Willy Brandt abstammen. Dieser jüngere Zweig Plässe erlosch im Jahr 1571. Dem älteren Zweig gehörten unter anderem Bernhard I. von Höckelheim Plässe und seinen Agnaden an. Die Ursprünge des Mecklenburger Geschlechts der Plässen gehen vermutlich auf das 12. mindestens jedoch auf das 13. Jahrhundert zurück. Bla 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 Zweige dieses Geschlechts verbreiteten sich im 18. Jahrhundert auch nach Dänemark und Holstein. Also die nicht nur eine der größten wichtigsten Hochburgen des Welfenhochadels sondern eben dann auch die ganzen adeligen Welfen Querverbindungen zu dem russischen zu dem russischen Zarenreich. Ja und wir haben ja eben dann irgendwann diese kommunistische Revolution gesehen in Russland wo ich ja sage in meinem Buch Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 1 wo ich sage diese Revolution war komplett fake also im Inland Russland im Inland und im Ausland gesteuert durch den Welfenadel und da haben wir eben dann den Kern dieses Ost-West-Konfliktes dann später und wir haben auch dann den Kern der Angelegenheit des Aufstiegs des Sozialismus weil Russland und die Sowjetunion das war dann irgendwann wirklich der Kern des Sozialismus und dann haben wir also ja diesen Welfenhochadel wir haben dann Willy Brandt und eben dann den Sozialismus diesen Links-Rechts-Gegensatz und den Ost-West-Gegensatz also hier wird es wirklich interessant und dann ähm und dann heißt es hier Zweige dieses Geschlechts verbreiteten sich nach Dänemark und Holstein ähm und dann ist einer der von diesen Typen dann gestorben und mit diesem Typen erlosch dann die jüngere Linie und die Herrschaft Plässe ging durch lehensrechtlichen Heimfall auf Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel über und Hessen-Kassel ist ja eine der gefährlichsten Welfenfamilien äh und ähm die Hessen waren dann auch dann irgendwann kontrolliert in den Zarenhof in Russland und Hessen-Kassel baute die Roadshales auf und war dann involviert in ähm in den ganzen wichtigen Geheimgesellschaften also vor allem auch dem Illuminatenorden und so also diese also die Hessen und dann Sachsen-Koburg und Gotha oder damals noch Sachsen Gotha-Altenburg die kontrollierten dann letztendlich dann aus dem Schatten heraus den Illuminatenorden mischen sich halt klassisch geheimdienstlich ein unter anderem die französische Revolution ein Teil der Nachfahren Helmholtz von Plessen wanderten über Mecklenburg von Mecklenburg über Dänemark nach Holstein aus der dänische Geheimrat Christian Ludwig von Plessen heiratete 1702 Charlotte Amalie Skeel aus dem dänischen Adelsgeschlecht Skeel oder Skeel nahm den Namen Skeel von Plessen an also sehr eingefleischte adelige Kreise ja sehr elitäre Kreise und wir haben auch gesehen diese adeligen Kreise hatten auch sehr viel zu tun mit dem Nazi-Regime und dem ganzen Vorlauf von dem Nazi-Regime also da ist man links und rechts sehr stark vertreten und wenn man sich hier dann anguckt auf Wikipedia oder halt in den entsprechenden Büchern anguckt sich das Adelsgeschlecht von Plessen dann findet man viele interessante Vertreter haufenweise Verbindungen auch zu den Russen Russen in der Zarenzeit immer wieder der Johanniterorden das war ja mal so eine oder war ja galt ja lange Zeit als eine der großen militanten katholischen Orden neben dem Tempelritterorden und da gab es dann auch die die große Panik oder den adeligen Kampf von diesen Adelsfamilien gegeneinander Franzosen die sehr stark alliiert waren mit dem Vatikan und Vatikan zeitweise auch total kontrollierten die Franzosen dachten sie hätten dann eben dann auch den Tempelritterorden unter ihrer Kontrolle und irgendwann gemerkt sie haben den Tempelritterorden eben nicht mehr unter Kontrolle und dann kam dieser Schauprozess gegen die Templer und wir sollen halt eben dann heute nur erfahren dass halt dann ja aus simplen Motiven heraus Machtmotiven heraus der Tempelorden kaputt gemacht wurde in Wirklichkeit war das ein richtiger Geheimdienst Thriller den ich auch ein bisschen darlegen konnte näher in tiefste Geheimnis der Supermächte Band 2 mein Buch und dann sahen wir eben dann wie unter anderem die wie unter anderem die dänischen Welfen sich halt dann reinarbeiteten in die Stewardkönige von Britannien versuchten halt eben dann Kontrolle auszudrücken über die Stewards und dann wurde halt dann gerade bei King James dem gab man dann eine dänische Frau aus dem dänischen Adel Welfen und dann sahen wir halt eben dann Einfluss großen Einfluss der dänischen Welfen und eben auch dann der dänischen Welfengeheimdienste großen Einfluss nicht nur auf die Stewardkönige sondern eben auch auf ganz Schottland die schottischen Strukturen und dann das frühe schottische Freimaurertum und dann die Rosslyn Kapelle mit der ganzen Freimaurersymbolik viel viel früher als eigentlich offiziell das Freimaurertum das Moderne begann da kamen dann die anderen Welfen die Hannoveraner übernahmen Britannien und schufen dann das den neuen offiziellen Staat des Freimaurertums 1717 aber die Schotten waren ja mindestens oder weit früher dran also über 100 Jahre deutlich über 100 Jahre eher so 250 300 Jahre früher dran mit dem Freimaurertum und das hat eben eine geheimdienstliche Komponente unter anderem und da sehen wir halt eben dann die dänischen Welfen und da haben wir dann zum Beispiel bei diesen Adelsgeschlecht von Plessen da haben wir dann Leopold von Plessen also und ich kann jetzt bloß ein paar von denen erwähnen viele von denen hatten dann hohe militärische Posten auch bei den Preußen bei den Hohenzollern und so und waren natürlich dann auch theoretisch in einer exzellenten Position zu spionieren also Leopold von Plessen war wirklich ein geheimer Rat und Minister seine Ehefrau Martha Friederike von Kampenhausen war übrigens Trägerin des russischen Ordens der heiligen Katharina zweiter Klasse die Ehefrau war eine Tochter des russischen wirklichen geheimen Rats Balthasar von Kampenhausen und die Hofdame der Erbprinzessin Helene Paulowna von Mecklenburg Schwerin sowie Oberhofmeisterin der Erbgroßherzogin Alexandrine von Mecklenburg Schwerin von Kampenhausen schlug 1767 die Offizierslaufbahn beim gotharschen Herzog ein also wir reden hier von Sachsen Gotha Altenburg siehe Illuminatenorden und dann Sachsen Coburg und Gotha sitzt heute auf dem britischen Thron und nahm dort 1777 als Präsidenten august georg freier von brandenstein und der karoline ulrige von bassewitz aus der ehe gingen sechs kinder hervor nach dem wechsel in die zivile laufbahn wurde er 1817 großherzoglich mecklenburg schwerinischer kammerherr wirklicher geheimerat oberkammerherr bla 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 war ritter des johanniter ordens und des schwedischen schwert ordens die welfen sitzen noch in schweden sein adeliger schwiegervater war träger des russischen sankt annenordens ein hausorden und verdienst ordner dynastie holstein gotthorff der in das russische ordenssystem einverleibt wurde seine eltern waren der generalmajor und kommandant von wolfenbüttel ludwig heinrich von brandenstein also wir reden von braunschweig wolfenbüttel eines der wichtigsten zentren der welfen also auch geheimdienstliches zentrum in zig geheimgesellschaften involviert und braunschweig wolfenbüttel da sind wir dann auch ziemlich nahe wieder dran an karl marx und seinem umfeld dann hermann von plessen erhielt für seine verdienste 1861 das konturkreuz erster klasse des sachsen ernestinischen hausordens welfen welfen sowie 1863 den roten adlerorden zweiter klasse mit eichenlaub dann wurde er wurde plessen mit dem charakter als generalleutnant mit pension zur disposition gestellt für die die dauer des deutsch-französischen krieges war plessen ab 1870 stellvertretender kommandeur der 5. infanteriebrigade also immer wichtige leute mit connections von diesem posten wurde er 1871 wieder entbunden in nochmaliger würdigung seiner verdienste 1872 mit dem stern zum kronenorden zweiter klasse ausgezeichnet plessen war rechtsritter des johanniterordens und herr auf stafffelde also das heißt mit den ganzen mitgliedschaften konnte man selbstverständlich dann auch diese logentreffen abhalten und geheime meetings abhalten und dementsprechend dann auch ja halt theoretisch auch geheime botschaften überbringen und oftmals waren diese adeligen auch nicht total eingeweiht in die ganz großen pläne das scheint auch nochmal hier unterteilt gewesen zu sein dann Otto von Plessen nach dem studium trate in den diplomatischen dienst des königreichs dänemark ein 1841 ging er zur dänischen gesandtschaft nach st. petersburg also welfen 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 hüben wie drüben auch in russland dänischen gesandtschaft nach st. petersburg 1843 wurde er zum legationssekretär 1846 zum dänischen geschäftsträger und 1849 zum dänischen gesandten und bevollmächtigen minister am russischen hof ernannt er war beteiligt an der verhandlung des sonderfriedens vom 2. juli 1850 zwischen dem deutschen bund und dänemark im schleswig-holsteinischen krieg im frühjahr 1866 im vorfeld des deutschen krieges führte er erfolglos eine geheime diplomatische mission zu otto von bismarck zur vermeidung des krieges träge auch diverse orden da haben wir adolf von plessen tochter asta heiratete hugo freiherr knigge und die knigge familie arbeitete lange über generationen hinweg für den welfen hoch adel siehe auch dann die verbindung zu dem illuminaten orden also einer von den knigges mit einer von den knigges war die nummer 2 offiziell in dem orden hinter adam weishaupt und adam weishaupt adam weishaupt umfeld also die leute die ihn hochgezogen großgezogen haben adam weishaupt umfeld waren welfen klar war er an einer katholischen bildungseinrichtung aber die meisten sehen halt oder gucken halt eher nur auf diese katholischen bildungseinrichtungen und haben überhaupt keine ahnung von weishaupt welfen umfeld dann hans von plessen war ein preußischer generaloberst mit dem rang als general feldmarschall und domherr von brandenburg plessen gehörte in seinen verwendungen als diensttuner generaladjutant und kommandant des kaiserlichen hauptquartiers zum engsten kreis um kaiser wilhelm den zweiten hat ihn behangen mit zig orden darum zu das großkreuz des royal victorian order da sind wir bei den britischen welfen dann ludwig von plessen kronstern nach dem studium wurde er preußischer und deutscher diplomat von 1888 ab war er deutscher generalkonsul in budapest von 1890 bis 1894 war er preußischer gesandter am hessischen hof in darmstadt also welfen hochburgen von 1894 bis 1902 war er außerordentlicher gesandter und bevollmächtigte den minister des deutschen reichs am griechischen hof in athen dann weitere deployments also einsätze als diplomat von plessen kronstern war verheiratet mit leopoldine gräfin hoyos der schwägerin von herbert von bismarck bismarck wurde auch komplett umringt von agenten also nicht nur seine banker hier und auch generell die die hohen zollern waren ja auch zum teil deutlich verwandt also die preußischen hohen zollern waren zum teil sehr deutlich verwandt mit den welfen vor allem den britischen welfen königin victoria aber da gab es immer so einen split also die waren sich sehr unterschiedlich die waren sich dann doch sehr fremd und die welfen haben dann hatten dann die die hohen zollern total geheimdienstlich infiltriert also unter anderem auch über diese ganzen illuminaten gruppen und aufklärungsgruppen und so das heißt wir sahen tatsächlich dann äh wahrscheinliche welfen agenten also aus diesem illuminaten aufklärungs zirkeln hatten dann diese agenten in den kinderzimmern des preußischen der preußischen monarchen ja die durften dann die kinder erziehen und haben das natürlich dann auch äh genutzt die möglichkeit und ähm wurden dann teilweise sogar gefeuert weil sie da halt so ein Käse gemacht haben zu Lasten der hohen zollern zum nutzen der welfen ähm dann hennecke von plessen war bis 1945 deutscher geheimdienstoffizier der wehrmacht großgrundbesitzer und gau wirtschaftsberater der nsdap in mecklenburg dann sowohl elisabeth plessen als auch die grüne das grüne urgestein juta juta ditfurt beziehungsweise juta von ditfurt und waren beide am elisabeth von tadden an der elisabeth von tadden schule die gründerin war elisabeth von tadden gilt so als ähm antifaschistin aber ihr halbbruder adolf von tadden war ein politiker parteimitglieder dap dnvp und npd also im neonazi bereich und stellte sich hinterher als britischer agent heraus also und dann haben wir jetzt halt eben die situation heute die halt sehr stark an die situation damals erinnert der ost west konflikt ist fake der links rechts konflikt ist fake aber alles wird halt eben in diese in diese denkmuster reingepresst ost gegen west links gegen rechts ähm also die russen medien sind pro trump es gibt halt russische aktionen um halt trump irgendwie zu stützen äh man wollte auch trump ins amt bringen oder trump ins amt helfen aber ähm so richtig ins amt kam trump eigentlich nur durch die ähm durch den massiven wahlbetrug der republican party mit denselben methoden die zum einsatz kamen schon zugunsten von george w bush im jahr 2000 und 2004 ähm jeder der irgendwie sich halt alternative medien auf die fahne schreibt oder irgendwie äh aufklärung auf die fahne schreibt oder halt irgendwie wahrheit auf die fahne schreibt also wer irgendwie seinem publikum was relevantes vermitteln will über die momentane situation und halt eben dann auch strategien vermitteln will der müsste das eigentlich wissen der müsste diese ähm die forschungsarbeiten und die recherchen kennen von greg palast der ja den wahlbetrug schon mehrfach aufgedeckt hatte äh der auch das links rechts denkmuster durchschaut und er weiß dass halt republicans demokrats für dieselben leute spielen aber das ist absolut tabu im moment in diesen sogenannten alternativen medien ähm da das passt irgendwie gerade nicht ins konzept also wird es nicht erwähnt obwohl das von höchster höchster bedeutung ist ostgeheimdienste waren schon in den 80er jahren an trump dran aber trump könnte auch wissentlich oder unwissentlich von westlichen diensten gelenkt sein siehe die ganzen großen kredite von der deutschen bank dass niemand darüber spricht über das mögliche szenario dass trump halt dass trump irgendwie im einvernehmen also dass donald trump irgendwie im einvernehmen agierte äh und immer noch agiert mit westlichen westlichen geheimdiensten dass niemand darüber spricht ist schon sehr sehr auffällig also und damals die die stasi wollte halt einfach zwei extra stimmen im bundestag beschaffen um brandt als kanzler zu halten und der buchautor hier von diesem werk was ich mir durchgelesen hab buchnamens der desinformant erinnerungen eines ddr geheimdienstlers ist schön geschrieben aber jetzt halt nicht so tief der buchautor der da wirklich dabei war der autor beschreibt seinen stasi referatsleiter als zitat betulichen fischkopf aus sperin schwerin liegt ausgerechnet in mecklenburg vorpommern also mecklenburg wo die familie von plessen ansässig war von der vielleicht willi brandt als unehrliches kind abstammt diese welfen hochburg ist das ein zufall dass ein das ein mecklenburgischer stasi referatsleiter versucht brandt mit dessen möglicher mecklenburgisch adelige abstammung im amt zu halten und ich habe ja schon in dem also in dem neuesten buch von mir tiefste geheimnisse der supermächte band 3 biologie da habe ich auch ein ausführliches kapitel über angela merkel und ihren mann beide krasseste welfen verbindungen vor allem auch die wissenschaftlichen institute wo beide tätig waren und da sehen wir überall diese welfen hochadels verbindungen und diese adeligen netzwerke diese adeligen netzwerke sind viel älter und einflussreicher als das was dann später kamen ja KGB Stasi und so und anscheinend war ja die ost kommunistische revolution in russland sowieso total fake und von einem adel gemanagt also wird das hier dementsprechend interessant ähm also sieht es halt eben dann immer wieder und immer mehr und immer mehr danach aus als hätten halt die adeligen geheimdienste als hätten die adeligen geheimdienste nicht nur von anfang an als hätten die adeligen geheimdienste nicht nur von anfang an die Stasi infiltriert sondern wahrscheinlich sogar die Stasi geschaffen also ist es ein Zufall dass ein mecklenburgischer Stasi Referatsleiter versucht Brandt mit dessen möglicher mecklenburgisch adelige Abstammung im Amt zu halten also es geht hier konkret um den Stasi Mann Rolf Wagenbret wurde 1946 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands SED in der 46 wurde er Angestellter beim Rat der Stadt Zeitz das ist auch eine Welfenhochburg im selben Jahr ging Wagenbret zur deutschen Volkspolizei und wurde zunächst Schüler dann Lehrer an der Polizeischule in Torgau auch eine Welfenhochburg 1950 wurde Wagenbret von der Stasi in Mecklenburg eingestellt Mecklenburg auch eine Welfenhochburg und in der Abteilung 7a zuständig für die VP-Bereitschaften Volkspolizei Bereitschaften eingesetzt das Land das 1945 aus Mecklenburg und den bei Deutschland bleibenden Resten der preußischen Provinz Pommern und den bis dahin der preußischen Provinz Hannover Wölfen gehörenden Amt Neuhaus geschaffen wurde und zunächst Mecklenburg vor Pommern hieß dieses Land erhielt 1947 auf sowjetischen Befehl den amtlichen Namen Mecklenburg 1952 1953 besuchte dann dieser Stasi-Mann die Landesparteischule der SED in Schwerin auch Mecklenburg Welfenhochburg danach wechselte er in die Stasi-Bezirksverwaltung Frankfurt oder wurde dort Leiter der Abteilung Politkultur und später Stellvertreter operativ des Leiters der Bezirksverwaltung machte die große Karriere also wenn du Welfenverbindungen hast Welfen Hintergrund hast machst du irgendwie immer so große Karriere auch bei der Stasi und 54 übernahm die Leitung der Stasi-Kreisdienststelle in Beskow von 54 bis 61 absolvierte er ein Fernstudium an der Hochschule des MFS also Stasi in Potsdam erlangte das Diplom in Gesellschaftswissenschaften und dann hat man eben zwei Leute gekauft zwei Politiker gekauft die ohnehin schon EMs der Stasi waren wegen halt Geldproblemen und so weiter und haben mal gesagt wir kaufen deren Stimmen bei diesem Misstrauensvotum und wir halten Willy Brandt im Amt